Ich hab nur... Ja, du brauchst gar nicht weiter denken. Wenn du denkst, ist das nicht gut, du darfst nicht. Aber ich hab... Tut mir sehr leid, das war ein Missverständnis. Ich hab ja wirklich gedacht, ihr habt gar keine Karten. Ihr dürft gerne weiter die Vorstellung angucken. Halt eine Frage noch. Ja. 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 Sieht wirklich, 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 jeder ohne Eintrisskarte aus. Ja, wirklich, 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 jeder ohne Eintrisskarte fliegt raus. Wir haben unsere Taten, aber die sind schon... Jetzt ist aber ganz schön groß mit euch. Und noch mal einen ganz großen Applaus für unsere Chancen. Nico, Tim und Jakob. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.